Guten Tag, ich sitze wieder mal in einem Auto. Ich bin auf dem Weg von Geroldswil nach Genf am Airport. Ein lieber Kollege kommt nach langer Zeit aus den USA zurück mit seiner Freundin. Er hat ziemlich viel Gepäck und dann hat es mein Auto nicht mehr gelangen. Dann musste ich das Auto mieten. Das habe ich jetzt und bin jetzt hier in Baden auf dem Weg Richtung Autobahn. Musik 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 So, ich bin jetzt kurz vor dem Airport in Genf. Das Flugzeug war viel zu schnell. Es ist wahrscheinlich schon gelandet. Jetzt hoffe ich, dass ich meine Freunde hier finde. Und zwar irgendwo im Arrival wird nicht so ein Problem sein. Weil es hat um diese Zeit nur ein Flugzeug. Und es ist auch für heute um halb 6 Uhr. Ah ja, jetzt ist es um halb 5 Uhr. Um 5 Uhr zu landen, ist es das letzte und das einzige Swiss Flugzeug zu Corona-Zeiten, das heute in Genf landet. Musik 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 So, unterdessen ist es Nacht geworden. Es ist jetzt die Quaterienabend. In der Saatgin. Ich bin результат investiert und ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich zurück aus Genf. Zum ersten mal mit dem Skoda Octavio gefahren. Ich bin ganz neu. Ich war bei der ersten, die entrante das Auto gefahren durften. Das sehr gut mit allen technischen Eindebsen. Ich habe es gebraucht und meine zwei Freunde in Genf, im menschaleren Airport habe ich auch gefunden und eingefahren und vorher noch auf Schnee gebracht. Das war es von meinem Ausflug nach Genf und retour. Bis zum nächsten Mal!